Pijama Für das Lama wäre das ein Drama, wenn es für Lama liebt frottiert und groß kariert. Schon im zarten Knospenalter, andere fingen bunte Falte, war Randolf voll auf Lama eingestellt. Ja, also wenn ihr mich fragt, ganz schön Bala Bala. So als junger Kern im Ganzen, die Kumpels gingen cool zum Tanzen. Doch das war überhaupt nicht Randolfs Welt, was hat sich denn bei dem verstellt? Randolf trägt den ganzen Tag Pyjama, frisch geduscht und topfressiert. Randolf fliegt zusammen mit einem Lama, das gerade hyperventiliert. Kommt der im Anzug kam und sagt das Lama, das Lama ihm prompt attackiert. Denn für das Lama wäre das ein Drama, wenn es für Lama liebt frottiert und groß kariert. Randolf kam der erste Flow und rasierte schon mit Schaum. Sein Lama war dann immer ganz verzückt. Ja, dem sind doch die Kekskrümel durchgebrannt. Es schmeckt ihn die Annette, die wohl jeder gerne hätt. Doch Randolf liebt sein Lama voll verrückt. Der hat sich doch glatt verdrückt. Randolf trägt den ganzen Tag Pyjama, frisch geduscht und topfressiert. Randolf fliegt zusammen mit einem Lama, das gerade hyperventiliert. Kommt der im Anzug kam und sagt das Lama, das Lama ihm prompt attackiert. Denn für das Lama wäre das ein Drama, wenn es für Lama liebt frottiert und groß kariert. So vertacke das auch klingt, Randolf es in Fallung bringt. Ist er kariert, Pyjama ausstaffiert. Der, der hat doch nicht mehr alle Reflexe in der Anatomie. Erst das entfacht sein Kammer, darum liebt Randolf sein Lama. Es klingt zwar deppet, doch es funktioniert. Leute, das nennt man Happy End-Tapiat. Randolf trägt den ganzen Tag Pyjama, frisch geduscht und topfressiert. Randolf fliegt zusammen mit einem Lama, das gerade hyperventiliert. Kommt der im Anzug kam und sagt das Lama, das Lama ihm prompt attackiert. Denn für das Lama wäre das ein Drama, wenn es für Lama liebt frottiert und groß kariert. Und das Lama könnte man die Nugent, aufhören. Das Lamaкої war das Lama, der neue Rottweiler und erfüllt. Kommt der im Anzug-Tapiat. BGE-Aufs. Kommt der im Anzug-Roll-Takt. Kommt der im Anzug-Tapiat. Bis zum nächsten Mal.